Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir sind immer noch hier und ja, hauße die Bauze, das ist ja der Wahnsinn wie dort meine Kopfe reingestellt sind. Ja, wir gehen das vielleicht diesmal ganz langsam an, falls das geht. Das hat ja die letzten Male nicht so ganz geklappt. Äh, vielleicht erstmal, dass wir, wie war das nochmal? Ah, jetzt hab ich's vergessen, Kurzzeitgedächtnis. Ähm, bewegen, be-be-be-befein nach oben, was? Bewegen sammeln, angreifen, position halten, was? Wie das geht? Nein. Ach, das geht? Das ist ja geil. Das ist ja gut. Äh, gut, das zu wissen wusste ich noch gar nicht. Äh. Ah, da kommen noch keine. Man muss erst einmal in Gefahr gehen, bevor... Sehr, jetzt da. Los, 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 los! Tali! Los, los, los! Kommste? Ich will hier, äh, Verteidigung haben. Los, los, los! Ja, ja, los, 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 das denke ich mir auch. Los, los, los! Das kommt ja keiner. Los, los, los! 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 Ich werde das jetzt ganz oft nutzen mit diesen Pfeiltasten. Das ist ja eigentlich genial. Wo? Ey. Los, 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 los! Yo, jetzt der Stufenaufstieg. Hä? Oh, oh. Oh, oh. Na, den wollen wir doch mal überlasten. Ne, äh, nicht überlasten. Wir geben denen nur neuer Schock. Na, wer wird denn da gleich? Ich glaube, ich brauche ne andere Waffe hier. Ich gucke mir das ein bisschen, ich gucke mir das ein bisschen OP über dafür vor. Hier sind doch nicht alle tot. Können wir ja auch einen vom Storch erzählen. Die sind doch hier nicht alle tot. Dann weiß ich doch wo. Also, das hätte ich jetzt aber... Los, los, los! Hätte ich aber gewusst. Los, los, los! Los, los, los! Nein. Jetzt wird's gefährlich. Los, los, los! Los, 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 los! So, jetzt aber. Hä? Hey! Na, das bringt ja gar nichts. So, einmal einsetzen. In Deckung! Hä? Viel geschlagen. Mami! Ah. Hallo. Haben wir Medizinkit. Fehler auf das Objekt, was? Äh, Munitions-Upgrade, Rüstungs-Upgrade. Äh, ja, das nehmen, ne? Die Schaffierung, Fertigkeit zu kriegen, was? Wie jetzt? Hier sind ja auch immer Gegner. Von daher... Von daher... Mal gucken, was hier unten hinter ist. Nix. User-Kit öffnen. Wir nehmen erstmal alles mit. Wir gucken dann mal gleich auf dem Schiff, was da ist. Ähm. Ja, dort war einfach radioaktiv. Ach, guck mal. Was? Im hinteren Teil des Sales befinden sich Rüstungsteile, die sich offensichtlich für eine Rö... Ups. Die offensichtlich für einen Koganer gemacht wurden, die sich scheinen wertlos zu sein. Sie sind rostig und in hunderten Schlachten beschädigt worden. Es muss einen guten Grund geben, warum der Tyrianer diese Teile so sicher verwahrt hat. Denn es befinden sich keine anderen wertvollen Gegenständen hier. Ich warte auf die Erlösung. Und diesen ganzen Theater. Aber irgendwie ist hier nix. Ach, ist ja keiner kaputt. Hier ist doch sonst nix. Hier haben wir nichts nix. Ich war doch da gerade noch. Wo? Bin ich blöd? Bereit, wenn Sie es sind. Ähm. Hier gibt es anscheinend nichts zu machen. Das ist ja mal ganz super. Wo geht es denn da weiter? Da ist noch ein Ausrufezeichen. Ja, aber... Kann ich ja nicht machen. Tali. Sie gehen vor. Ich folge Ihnen. Das kann Tali ja nicht machen. Bringt der gar nix. Aber das ist das, oder? Jawohl, Sir. Wie kann ich denn das denn jetzt lösen? Wenn ich kein Skill habe dafür. Warte, ich hab doch einen Ausriss-Squad. Ein, ein, ein. Äh, Befehl, Dechiffrierung. Äh. Mach ich jetzt mal. Einfach so. Äh. Wenn das Spiel nicht gerade abstürzt. Ich weiß nicht, ob das gerade abstürzt. Oder ob das nur eingefroren ist. Musik geht dann weiter. Vielleicht kommt das auch gar nicht mehr auf die Aufnahmen drauf. Ich kann's nicht sagen. Hm. Scheint so, als würde's... Doch. Geht noch. Scheinbar. Ähm. Sehr merkwürdig. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Äh. Hacken freischalten. Elektronik. Ach, das geht nicht. Äh. Ja, ne? Achso, ja. Kai, denn... Hat der noch ganz viel. Werfen. Ja. Oder wir machen Dechiffrieren. Ganz direkt. Ja, warte. Erstmal. So. Ähm. Ich weiß es gerade nicht. Nein, ich mach werfen. Und dann können wir das nämlich erstmal direkt hier. Da hat er eine super Eigenschaft. Und recht können wir ja trotzdem noch auf Dechiffrierung sitzen. So wie es aussieht. Ohne Probleme. Ja. Perfekt. Ähm. Nur... Kann wir ja trotzdem nicht weitermachen. Ach doch, können wir. Äh. Okay. Das ist ja so ungenau, ne? Da drinnen. Mittelschwer, Mensch. Äh. Alles nehmen. Und jetzt? Hä? Doch nicht richtig. Doch das da oben? Der Katze sieht da so aus, als wäre das das, was ich da halt machen müsste. Ist doch... Äh. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir sind. Ähm. Ach, das ist ja... Kann das ja nur sein, dann. Aber wo ist dieses Medizin-Kit? Was ich hier manchmal sehe? Aha. Ähm. Ich bin hier. Ich bin doch nicht ganz blöd. Was ist denn das? Wo geht's denn hier sonst weiter? Hier ist ja sonst nix. Ähm. Ganz wichtig, die Taste. Ich glaube. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich auf den Planeten konnte. Ähm. Zurück zum Schiff. Ach, n. Ähm. Ja, das tut mir jetzt leid. Da weiß ich nicht weiter. Kann ich nix machen. Ich kann jetzt gerade eh nix machen, weil... Äh. Ich kann jetzt gerade eh nix machen, weil... Ne? Ladebildschirme und so. Ich kann mir hier mit meinem Geld, was auf meinem Schreibtisch geht, rumwedeln. Hier hört er. Hier. Ratet mal, welche... Welcher Schein das war. Experten wissen das bestimmt. Nicht Experten bestimmt auch. Ähm. Gut. Also, ähm. Missionenaufträge. Schlüssegegenstände. Sie haben bei der... So. Mit Wax sprechen. Das können wir machen. Wenn das unser Auftrag ist... Ja, war das wohl nur die Kiste, die halt wichtig war. Wo ist nochmal der Fahrstuhl? Nicht gerade blöd? Wie komme ich denn hier nochmal zum Fahrstuhl? Da. Um Gottes Willen. Glintheit. Geht's. Jetzt aber. Ähm. Nein. Ähm. Muf. Es ist auch immer sehr äußerst beruhigend, dass, ähm, der, der Ladebildschirm hier, mein, ähm, Dicks da von meiner Aufnahmesoftware nicht weiterläuft, wenn die speichert wird oder geladen wird. Schepard. Etwas gefunden. Ich habe diese Rüstung gefunden. Gehört sie... Zeigen sie her! Verdammt! Das ist sie! Kaum zu glauben, dass meine Vorfahren so einen Haufen Schrott getragen haben. Aber jetzt ist sie zumindest wieder dort, wo sie hingehört. Danke, Schepard. Vielleicht werden sie mir doch noch sympathisch. Ist ja nett. Äh, Auslöscheninfektion. Dann stirbt ihr Volk wirklich aus. Das hatten wir schon mal. Zumindest geht es... Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist... Bis dann... Also zu weit ich wüsste... Wird auch schon... ...gemacht. Aufträge... Wenn du weißt, wie sie alle verschwundenen Signen gefunden haben... Von der Mineralien... Geiselnahme... Nee, eigentlich können wir direkt, ähm... So weitermachen, dass wir das Ganze in die Werbung erkunden, so wie wir das bisher gemacht haben. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut, oder? Und dürften... Äh... Die ganzen wichtigen... Quests... Alle... Uh... Was ist denn jetzt los? Äh... Alle erledigt haben. Hier wollte ich auch gar nicht hin. Da, die Treppe hoch. Das will ich... Dass diese Töne müssen lange zum Aufmachen brauchen. Ach ja... Tonto... Ja, das hatten wir schon... Herauszoomen... Ähm... Hatten wir den Planeten schon? Peinekel-Station... Peinekel-Station... Ne, da wollten wir, glaube ich, noch hin, ne? Weil nicht... Seesalto... Seesalto ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Rüse... Der Planet verfügt über keinen Nennzwerken-Charakteristika... Na dann... Das ist ein Asteroiden-Ring... Und da ist noch ein Planet... Der heißt Patashi... Aus Indien wahrscheinlich, ne? Patashi ist ein sonnenbestrahlte terrestrische Welt... Deren Atmosphäre von Jahrtausenden von dem Stern Phönix davon geweckt wurde. Die Hauptsache aus Eisen und Zinn-Vorkommen bestehende Oberfläche ist sengend heiß. Aufgrund der relativ geringen Dichte... Da befindet sich Patashi in gebundener Rotation zu dem Stern Phönix. Auf der Sonnenseite befinden sich ganze Meere, geschmolzen, leicht mit als ein Traum. Seltenes Element entdeckt. Bei Scannen dieses Planeten haben sie ein Vorkommen von Samarium entdeckt. Was ist Samarium? Waren wir schon mal auf dieser Station? Peinekel-Station ist eine sich auf einem Wurst-Theorien befindende... Thurianische Raumstation, die er ursprünglich von den Thurianern an... Das getarnte Kommandenzentrale während der Konganische Römerion eingesetzt wird. Sie wird zur Militärer... Ich glaube, das machen wir noch nicht. Da waren wir schon mal... Ich weiß es gerade echt nicht. Ich kann es nicht beteuern. Nein, wir waren ja noch nicht, wenn da Kodex ist. Und das habe ich auch noch nicht gesehen. Das heißt, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin. Und tschüss.